Heute geht es um Schrödingers Katze, die gleichzeitig tot und lebendig ist. Wir haben das schon mal im Doppelspalt gehabt, dass ein Teilchen gleichzeitig durch den rechten und durch den linken Spalt geht. Und wir werden sehen, dass das für den Quantencomputer von entscheidender Bedeutung ist. Hallo Leute, heute geht es um Schrödingers Katze, die nicht tot oder lebendig ist, sondern tot und lebendig. Natürlich kann so ein Wesen wie eine Katze nicht gleichzeitig tot und lebendig sein. Und doch ist es eventuell möglich, denn in der Nanowelt ist es ganz normal. Nanoobjekte, sehr kleine Objekte, da gelten die Gesetze der Quantenphysik. Und so ein Quantenteilchen, das kann zum Beispiel gleichzeitig an mehreren verschiedenen Orten sein. Oder eine Quantenampel, die könnte gleichzeitig grün und rot sein. Oder ein Quantenlichtschalter, der könnte gleichzeitig an und aus sein. Das sind sehr eigenartige, sich gegenseitig ausschließende Zustände, die aber trotzdem gleichzeitig vorkommen. Wir können uns das nicht vorstellen. Aber in der Quantenwelt ist das ganz normal. Und das bedeutet eigentlich nur, dass unser Denken offensichtlich für die Naturgesetze in der Welt des ganz Kleinen gar nicht so anwendbar ist. Das ist einfach total fremdartig. Und es gibt noch etwas, was sehr eigenartig ist. Wenn man nämlich einen solchen Quantenschalter anschaut und guckt, in welchem Zustand ist er denn, ist er auf einmal ganz normal. Entweder ein oder aus. Auch unsere Quantenampel wäre entweder grün oder rot, wenn wir hinschauen. Oder unser Teilchen, was an mehreren Orten eigentlich gleichzeitig ist, in dem Augenblick, wo wir hinschauen. Dann ist es plötzlich nur noch an einem Ort und verhält sich ganz normal. Das heißt, diese seltsamen, zauberhaften oder mysterischen Eigenarten der Quantenwelt, die gibt es nur, wenn wir nicht hingucken. Es gibt ein Standard-Lehrbuch-Experiment zu diesen Phänomenen. Das ist das Doppelspaltexperiment. Das habe ich in einer früheren Folge schon mal erklärt. Wir nehmen also zwei schmale Schlitze eng beieinander. Wenn ich die mit einer Lichtwelle beleuchte, bekomme ich dahinter ein Interferenzmuster, wie man es eben für eine Welle auch erwarten würde. Aber es geht eben auch mit einem Zeichenstrahl. Ich kann einen Zeichenstrahl darauf richten und bekomme auch ein Interferenzmuster. Ich kann sogar mit der Zeichenintensität so weit heruntergehen, dass jeweils nur ein Zeichen unterwegs ist und bekomme trotzdem das Interferenzmuster. Das bedeutet, das Zeichen interferiert mit sich selber und es muss dazu gleichzeitig durch beide Spalte hindurchgegangen sein. Auch das ist für uns nicht vorstellbar. Es muss ja entweder durch den linken oder durch den rechten Spalt durchgeflogen sein. Aber es ist eben ein typisches Quantenphänomen. Und auch dieses Phänomen verschwindet, wenn ich versuche festzustellen, wo ist das Zeichen denn langgeflogen, indem ich es beispielsweise beleuchte. Dann ist das Interferenzmuster verschwunden. Erwin Schrödinger hat vor 100 Jahren ein extremes Experiment ersonnen, wo er diesen seltsamen verschränkten Zustand gleichzeitig 0 und 1 auf eine Katze übertragen wollte. Das Ganze ist ein Gedankenexperiment. Es ist also nicht wirklich eine Katze zu Schaden gekommen. Man hat es sich nur vorgestellt. Wir nehmen einen Quantenschalter, der gleichzeitig 0 und 1 sein soll. Wenn er 1 ist, dann löst er ein Ventil von einem Giftgaskontainer aus und die Katze stirbt. Wenn ich das jetzt vollständig von der Umwelt isoliere, dann habe ich diesen Schalter in diesem seltsamen verschränkten Zustand gleichzeitig 0 und 1. Aber dann ist die Katze eben auch in einem verschränkten Zustand von gleichzeitig tot und lebendig. Und das ist auch heute noch richtig. Das ist die Lehrbuchmeinung der Physik. Allerdings ist die Bedingung, dass ich den Zustand der Katze vollständig isoliere vom Rest des Universums oder der Umgebung. Das heißt, ich habe nur diese Verschränkung, wenn es prinzipiell nicht möglich ist, festzustellen, ob die Katze tot ist oder lebendig ist. Das ist aber im Experiment nicht realisierbar. Denn ein so großes Objekt wie eine Katze strahlt immer Wärmestrahlung ab oder empfand Wärmestrahlung aus der Umgebung oder sie atmet. In der Realität kann man ein makroskopisches Objekt nicht so weit isolieren, dass es möglich ist, es in einen verschränkten Zustand zu bringen. Jetzt könnte man sich fragen, welche Relevanz diese Phänomene für uns haben. Sie finden nur statt auf der Nanoebene, also in der Welt des ganz Kleinen. Und außerdem, wenn man hinguckt, sind sie sowieso verschwunden. Und doch ist es so, dass diese Phänomene in der Zukunft für uns vielleicht sogar den Alltag verändern werden. Und das Stichwort dazu ist Quantencomputer. Ein normaler Computer besteht aus Bits. Das sind diese Nullen und Einsen. Also so ein kleiner Schalter in einem Computer, der kann entweder ein oder aus sein. Das habe ich hier mal illustriert mit diesen Pfeilen. Der Pfeil geht hoch oder runter, also Null und Eins für einen gewöhnlichen Computer. Wenn wir ein Quantenbit haben mit einem Quantenschalter, dann kann das auch die Zustände Null und Eins haben, aber auch alle möglichen verschränkten Zustände. Zum Beispiel 50% Null, 50% Eins oder 10% Null und 90% Eins. Ein solches Quantenbit hat viel mehr Zustände. Und wenn wir einen Quantencomputer hätten mit 1000 oder 10.000 solcher Quantenbits, dann können wir ganz neuartige und hochkomplizierte Rechnungen sehr rasch durchführen. Das ist bis heute eine Zukunftsvision. Man arbeitet daran, solche Quantencomputer zu realisieren. Und dann werden diese Quantenphänomene, die bis jetzt ausgesprochen so theoretisch ausschauen, durchaus unseren Alltag verändern. So viel für heute zu dem Thema Schrödingers Katze, die gleichzeitig tot und lebendig ist. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das gefallen hat, dann klickt bitte auf Like und wenn ihr mehr sehen wollt, dann findet ihr das hier.